Das Kasperlhaus Ich hab ein kleines Kasperlhaus, der Kasperl schaut zum Fenster raus. Da kommt ein böser Bub daher, der ärgert meinen Kasperl sehr. Der Kasperl, der macht bumm, bumm, bumm und wirft den bösen Buben um. Nun kommt ein großes Krokodil, das meinen Kasperl fressen will. Der Kasperl nimmt den Stecken bloß und haut aufs Ungeheuer los. Der Kasperl lacht. Hahaha, wer mich ärgert, merke sich, der Stärkere bin immer ich.